81 cm großer heute Gosei, gewachsen von 72 cm Yonsei auf 81 cm Gosei, Mono Iza-Fisch aus der Aufte-Premier, groß gemacht ab Tosai, Wimpo Tosai Größe. Damals gab es, glaube ich, auch ein Interview mit Shigeru, wo er den Fisch beschrieben hat und natürlich auch zwei, drei weitere Aufbau-Videos, wo ich euch den Fisch gezeigt habe, jeweils Nisai-Sansai, Yonsei und das hier ist jetzt eben das Video zu Gosei, 81 cm immer noch, super toller Körperbau, absoluter Kind-Ei-Shower, macht einen riesen Eindruck nach vorne mit den drei Tränen auf der Kopfzeichnung drauf, schön immer noch freigestellt, Schulter extremes Weiß und dann dieser schräge Klecks hier vor der Rückenflosse, ein Fisch, der, wie ich finde, einen wahnsinnigen Eindruck macht, ob im Teich, oder jetzt hier in der Wanne, oder Teuschow, egal. Auch hier Rückenflosse ausgespart, Schwanzflosse ausgespart, hinten raus, schön dieses schwarz-weiße Schaftbrettartige, sonst hatten wir eben, Mono Iza durchaus untypisch, eine super tolle Kind-Ei-Sai-Fischung gebaut. Die sind die ganz Vielen Dank.